und nun auf der rückseite oder oder was viel lustiger wäre hier das portal hinzumachen das rote drüber ein bisschen höher ja ja wohin hä wo ist er da ach so oh van suche haha sicherheitsglas stell dich mal drauf ok hm 460 ja das ja 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 hallo hey bleib auf dem knop was soll das Monster die gehören zu uns ein Scherz ihre Vernichtung ist Teil des Täts Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich Du blödes Packer Hab ich's doch Ey 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 Du bist nicht für Monster Ich hab dich überhaupt nie für Monster gehalten Du hast mich grad als Monster bezeichnet WER Du Ich habe dich gesagt dergleichen Ich habe wirklich nichts gesagt Nein Schatz Ja Ich will nicht Ehevertrag Hahaha Kommst du? Irgendwas? Ahhhh Ich versteh Ich glaube ich Ich bin mir nicht sicher Ähm Genau Wir müssen jetzt glaube ich Da oben Oder Woanders Wir müssen Ich glaube den Blaserstrahl da rein richten Da rein? Ja Ja Na das kann man ja nur beim schwarzen machen Äh beim weißen Halt Entschuldigung Entschuldigung das war wirklich nicht mit Absicht Hm Oder Wo freust du dich so wenn ich mich verletze Wenn ich mich verletze Niemals Ah warte Ich habe eine Idee Achtung geh mal ein Stückchen beiseite Schau mal Wenn wir Das machen Nur ein bisschen gerade Was? Ich weiß nicht Ich brauche ich ja nicht Lache ich nicht aus Dann haben wir jetzt den zweiten knopf gewischt jetzt müssen wir nur noch irgendwie dafür sorgen dass wir zuvor noch den anderen erwischen mit anderen worten wir brauchen noch zwei portale mehr so jetzt haben wir das erste wenn du jetzt hier im portal und da oben im portal hinsetzt sollten dann auch das andere und oben da Die Bekanntgabe individueller Ergebnisse würde den Test beeinträchtigen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es gefällt mir nicht. Hört auf damit. Ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt, in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist, ins Getümmel zu watscheln, sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Okay, man kann also sogar miteinander interagieren irgendwie. Ich habe das Tor gefunden. Und damit? Machen wir was? Ah! Das sieht fast aus. Tja, probierst du hin? So, wo bist du? Da oben. Ja, ich gehe erstmal weiter. Blu, du hast gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 14 Kollaborationspunkte. Es tut mir leid, das war wohl unbeabsichtigt. Geh vor. Es tut mir leid, Schatz. So, ja, ich bin vorn. Ähm, ich glaube, ich habe jetzt gesehen, wo wir hin müssen. Ich glaube, ich kann nicht sprechen. So, genau, mach das jetzt mal kurz hoch. Hoch. Noch eins hoch. Du stehst nicht auf dem Knopf. Ich bin hier so ein bisschen gefangen. Verdammt. Schatz. Lass mich bitte raus. Hab's das? So. Hesse nochmal. Hey. Der ist schief gelaufen. Lass mich bitte, lass mich bitte weitergehen. So, weiter. Nach runter. Ah, danke. So, jetzt nach oben. Nach oben. Stehst nicht auf dem Knopf. Guck doch einfach runter. Genau. So. Wo ist jetzt das Ding, was ich mir holen muss? Guck mal zu mir. Zu mir. Wie komme ich da hin? Du musst mich ein bisschen leiten. Ähm, nach links. Da geht's nur runter. Ja. Ah, gut. Ja. Hey. So. Und wo komme ich jetzt zurück? Ja. Jetzt muss ich nur offen, dass ich das richtige mache. Da unten ist das dunkelblaue, ne? Ja. So. Ich gebe schon mal. Oh, ich komme einfach so mit zusammen durch. Sicher. So. Und dann da oben, ne? Einmal mal. Ich werfe dir was runter. Na dann. Jetzt einfach zielen. Hier rein. Und du musst genau da hinten den, 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 den Laser treffen. Ja. Genau. Da geht's auf. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Wir haben's geschafft. Du hast zum Beispiel eben zwei Chancen-Hinweispunkte eingebüßt. Macht's dir Spaß, Schatz. Ich... Ich wasche meine Hände im Unschuld. Aber wenn es das wäre, dann würde Blue gewinnen. Ist aber keiner. So, wir sehen, wenn ich hier drüge. Ich habe ein neues. Orange erhält fünf Kollaborationspunkte. Ah. So. Guck mal, Schatz. Einer von uns beiden, Klamadu, muss jetzt dadurch hier rüber und dort irgendwas zu machen, bestimmt. So. Mein erstes Ziel ist es, unter diese Plattform mit den großen, fetten Stacheln zu gehen. Soll ich kurz weghalten? Vorsicht, nicht. Stopp, stopp. Ich muss erst... Geh mal kurz weg von dem Ding. Sonst... Nein, andersrum. In Richtung Stacheln. So. Ja, ne, ne. Ich versuche ja, das Ziel zu treffen. So. Jetzt gehst du auf die Plattform. Genau, bleib stehen. Achtung, ich werde dich jetzt wahrscheinlich kurz beim Laser erwischen. Ah. Kann was auch umgehen. So. Äh. Okay, guck mal, da muss ich da rüber springen. Stopp. Das muss irgendwie... Ah. Äh. Guck mal. Ja. Guck mal her. Wir wissen ja jetzt, wo das kommt. Ich mach dir mal ein Portal. Da. Und eins. Da. Ne? Sobald du dort auf dem Ding stehst, kannst du einfach da rüber gehen. Obwohl, ich werde das wahrscheinlich noch ein bisschen tiefer unten anlegen. Das wäre für mich sicherer. Damit du dann auch wirklich krank vor bist. Also einfach ganz ruhig bleiben dann. Achtung. Hinter dir kommt jetzt der Laser. Kann sein, dass ich... ... ein bisschen tiefer unten habe. Ich kann mal schnell auf die Plattform. So. Jetzt kannst du ja durchgehen. Stopp. Äh. Halt. Ich werde dich mal so weit hoch, wie ich kann. Kriegen. Aber ich stehe bei dir nicht zu hoch wahrscheinlich. So. Und. Jetzt mach ich die Stacheln runter hoch. Ich hoffe, es geht schnell genug. So. Dann. Hol mich mal irgendwie zu dir. Mach ich am besten irgendwo ein Portal hin, dass ich zu dir kommen kann. Oder guck erst mal, was passiert, wenn du weiter gehst. Okay. Und ist da irgendwo eine weiße Wand oder sowas? Cool. Kommen wir nur noch. Und rot ist irgendwo hinsetzen. Komm mal raus. Genau. Und. Am besten dort über die linke Plattform. Direkt über die linke Plattform. Ja. Ich habe das Video. danke ok.